My way! My way to the south! My way! Da sind wir wieder! Hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo? Ich habe ja schon nach dem Preis gefragt, wer die ersten Diamanten findet. Ich habe Diamanten gefunden. Da bin ich sehr stolz drauf, bin ich sehr stolz drauf. Du bist so toll! Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn mir jemand eine Workbench oder so nach hier unten bringt. Also ich kann dir eine basteln. Ich mache mich einfach bereit und komme mal zu dir runter, okay? Ja. Du kannst ja auch sonst alles mitnehmen. Was war nochmal grün? Wir sind Smaragde, oder? Smaragde, ja. Dann habe ich gerade offiziell Smaragde gefunden. Cool, ich habe noch nie Smaragde gefunden. Das sind offizielle Smaragde? Nein, ich habe offiziell, also ich wollte es allgemein offiziell machen und nicht für mich behalten. Ich habe mal erfunden. Erfunden. Genau. Ich könnte mir ein neues Gefeil ausdenken, ein neuer Edelstein. Ich nenne ihn Smaragde und erst gründen. Jungs, ihr kommt doch auch gerade ohne mich klar, oder? Ich nenne ihn mal kurz raus. Ja, okay. Bis gleich. Später. Juhu. Juhu. Bis dann. Bis gleich. Hast du selber Hacken dabei, oder? Ich nehme zwei Hacken mit. Okay. Weil dann, ich habe einfach mal, du gehst, du gehst gleich in den Keller, dann kommst du wieder raus auf die grünen Fläche und darf so ein, so ein Kreuz mit Fackeln. So ein Schnee mit Tee. Ja, genau. Das markiert die Stelle, wo es reingeht. Und da kannst du einfach immer, immer weiter schön so ein Wendelkrater runter. Wo es reingeht. Ja. Mich greift Schleim an. Egal, ich gloriere den. Wenn du dir bis unten folgst, dann kommst du immer aufhören. Ich habe allen Schleim getötet. Oh, meine erste Hackel ist kaputt gegangen gerade. Seit wann kann man mit Zuckerrohr sofort, äh, Sand wegmachen? Oh. Irgendwie wurde ich gerade rausgeschmissen. Mit der Aussage, Fliegen ist auf diesem Server nicht gestattet. Oh, jetzt habe ich Eisen gefunden. So tief, das ist seltsam. Nicht zwingend. Eisen kann man immer finden. Es wird immer lauter. Die Lava blubbert immer mehr und die Zombies schreien auch immer lauter. Einfach immer weiter nach unten? Ja, immer weiter nach unten. Immer weiter nach unten. Immer weiter rum 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 rum. Bis dann so eine richtig große, breite Treppe kommt. Die hat dann nochmal so vier, fünf Stufen. Und dann ist es in so einem kleinen Räumchen, wo ich den ersten Strip angefangen habe. Hier ist doch eine Workbench. Nein, eine Kiste. Da ist eben eine Kiste. Da ist es eben eine Kiste. Hallo. Hallo. Dann baue ich hier mal die Workbench auf. Ne, ja genau. Genau, noch da. Weil dann kann ich direkt einen Ofen daraus machen. Und dann kann ich direkt schon, dass er jetzt den ersten Kram einschmelzt. Und dann kann ich direkt einen Kiste machen. Oh, nicht. Oh, nicht. Oh, nicht. Ich habe. Und jetzt spielen. Aber wir werden das Ganze machen smaller aus. Ihr kommt hier um einigen Eist?! Einen Ei verraten. Oh ja, und die Kohle betrieben werden. Nehmen wir einfach mal so einen Spike, der zur Seite weggeht. Alles klar. Wie tief sind wir denn hier? Elf. Elf. War 13 nicht die perfekte Höhe oder sowas? Nee, nee, elf. Also hab ich mir nichts sagen lassen. Es gibt ja viel zu viele Minecraft-Philosophen, finde ich. Auch. Oh, Diamanten! Ja. Das ist, äh, das ist gut. Das ist gut. Ähm, ach da haben wir zu abgebogen. Vier Stück. Du gräbst doch auch 13? Ähm. Ich probier's auf 13. Ähm. Oh, schon wieder so dieses Scheiße, wirklich Steine. Aua, 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 Hilfe. I'm on my way. Äh, das ist schon okay, ich hab ja noch ein Schwert. Oh, du hast auch welche. Sieht. Wie klein. Das hab ich früher auch nie gehabt. So die sind auch eher neu. den stein gab es halt schon vorher, den bin ich manchmal im creative mode benutzt silberfischstein oder was? ja ja hörst du das? wir sind hier ganz ganz nah irgendwo oh, Waffe höre ich auf Klappes Latze Silberfische hier ist ne Höhle ja, was geht denn? und Wasser und Zompern Bombi-Bomb was geht denn noch da oben? oh, ganz viel Kohle Iron jetzt wahrscheinlich wieder runter oh, sogar richtig tief wieder runter 4 auf 14 sehr gut, wenn du willst mach da mal weiter ja, ich folge mein Strip mal weiter ich bin ja, du kennst mich ja, ich bin ja mehr so ein Höhlenmensch ja, du bist so nett Boah, Mensch oh, Lappes Lappes ähm, drüben wo das Wasser fließt ähm, nehm ich mal das Wasser gerade weg, weil da muss ich nur einen Stein setzen und da kommt eine wirklich große Höhle mit zu richtig vielen Monstern ich finde das total lustig das sind alles Skelette und Pommes und so ich würde mich einfach mal hier verkümmel komm gleich nach naja, das war schon Krieg Juhu ich höre Kampfes Lärm der Kampf hat sich gelohnt Eisen, Eisen ähm, oh, und ich glaube das sieht aus wie Grundstein Ne, ist Obsidian, sonst wäre das Wasser hier nicht runtergelaufen äh, welche Höhe sind wir denn hier? 11, ah, das wäre natürlich perfekt aber, ne, ne, ne Grundstein würde ja auch rauchen Uhhh Weiß ich nicht, bei meinem letzten Pack nicht dem hier weiß ich jetzt auch nicht soweit wird die Weiche nicht aber ich muss zwar ein bisschen Zombiefleisch essen bleiben warte oder hast du was normales? Ich geh hier unten wow hu, Lava ja, ich hab auch keinen Eimer Wasser dabei weil ich weiß es ist totaler Fail, aber ja, ich auch nicht ... ... ... ... ... ... ... ...